Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für einfacher Gurkensalat. Gurkensalat ist ein kalorienahmer und frischer Salat. Für zwei Portionen werden folgende Zutaten benötigt. 1 bis 2 Salatgurken, je nach Größe und Appetit. 1 bis 2 Schalotte oder 1 kleine Zwiebel. 2 Esslöffel Erdnussöl, Sonnenblumenöl oder Olivenöl. 1 bis 3 Esslöffel Zitronensaft oder Weißweinessig, frisch gemahlener Pfeffer, Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, 2 Schüsseln, Zitruspresse, Sieb, Sparschäler, Gemüsehobel. Zubereitung Beide Enden der Gurken abschneiden. Die Gurken schälen und mit einem Gemüsehobel in eine Schüssel hobeln. Viele Esser verzehren die Gurken auch ungeschält. Die Gurken einsalzen und kurz stehen lassen. Die Schalotte oder Zwiebel fein wiegen. In einer anderen Schüssel die Marinade aus Schalotte oder Zwiebel, Öl, Säure, Salz und Pfeffer anrühren. Die Gurken in ein Sieb geben, mit den Händen gut ausdrücken und zu der Marinade geben. Den Salat gut vermengen, den Salat abschmecken und eventuell nachwürzen. Nicht zu lange stehen lassen, die Gurken ziehen Wasserosmose. Als Beilagen eignen sich Bargett Diese Varianten gibt es. Die Gurken nicht entsalzen Mit fein gewiegtem Dill oder Borage oder Schnittlauch bestreuen Einen Esslöffel Creme Fraiche oder Creme Double zufügen Mit Zucker abschmecken Ein Esslöffel Mayonnaise zugeben Eine Marinade aus Schlagsahne, Zucker und Zitronensaft rühren Kein zusätzliches Salz mehr zugeben Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! 2.%ge-IZU-09 3.%ge-IZU-10 7.0 Annen